Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, vor uns steht der Kristallix, Exarch, Alfinod, Alizé und Lyna. Hinter uns die erste Instanz, die wir bestritten haben in der letzten Folge. Und für die Leute, die es noch nicht gemerkt haben, wir haben Nacht, wir haben die Dunkelheit zurückgebracht. Und das muss doch jetzt erstmal gefeiert werden, oder Kristallix? Am nördlichen Sammelpunkt plant der Kristallix, das weitere Vorgehen. Jetzt zu unserem nächsten Schritt. Die Leute, die wir aus Holmister gerätten konnten, sind alle sicher nach Crystallium gebracht worden. Die Vorbereitung für Erstversorgung und Unterbringung verlaufen alle problemlos. Allerdings sind auch alle sehr von dem veränderten Himmel eingenommen. Es wird heftig darüber diskutiert, ob dies das Werk des Kriegers der Dunkelheit sei, von denen die Legenden berichten. Das war unvermeidbar. Tara, ein Vorschlag. Behalte es vorerst für dich, dass du die Kriegerin der Dunkelheit bist. Das Verschwinden des Lichts ist eine enorme Veränderung. Die Leute sind genauso aufgeregt wie verwirrt. Wenn sie dann auch noch ein leibhaftige Kriegerin der Dunkelheit gegenüberstehen. Man würde die Massen nicht mehr kontrollieren können. Mit vielleicht fatalen Folgen. Da stimme ich den Kristallix zu. Zumal Eumor unter Umständen auf den toten Lichtbrier reagieren wird. Solange wir ihre Motive nicht kennen, sollten wir uns weder zu siegreich zeigen, noch sie auf irgendeine Art und Weise provozieren. Verzeih, dass du zu solchen Schweigen gezwungen bist. Aber diese unbändige Freude in den Herzen der Leute, das ist dein Verdienst. Behalte es stets in Gedanken, bis wir gebührlich feiern können. Dich muss ich auch leider um Verschwiegenheit bitten. Die öffentliche Version des Vorfalls wird folgende lauten. Eine unbekannte Gestalt ist erschienen und hat den Lichtbringer erschlagen. Danach ist sie wieder verschwunden. Verstanden, Kristallix, sag ich. Dies ist ja nicht das erste Geheimnis, das es zu hüten gilt. Ich werde es nicht hinterfragen. Eines Tages würde ich allerdings gern die ganze Wahrheit erfahren. Auch was euch anbetrifft. Nach Wahrheit streben wir alle Lügen mehr. Nun, dann kehre ich als erster nach Kristallium zurück und spreche mit den Bewohnern. Das wird eine Weile dauern, also könnt euch getrost eine Ruhepause. Heute schlaft ihr sicherlich gut in den dunklen Unarmung der Nacht. Ich bleibe hier. Die Versorgung und Transport der Bevölkerung von Heulenminister muss koordiniert werden. Es tut mir leid, dich nach diesem Kampf um noch einen Gefallen zu bitten. Aber würdet ihr wohl eine Nachricht nach Kristallium tragen? Bringt bitte Pragi in Musica Universalis und sagt ihm, dass wir viele Verletzte haben. Er soll Medizin, Verbände und dergleichen die Sparika schaffen lassen. Da wollen wir auch mal langsam nach Kristallium aufbrechen. Nur nicht zu schnell, damit wir die Kristallium nicht dort noch einholen. Entschuldigt, aber ich bleibe auch hier. Ich will mich in Holminister noch einmal umsehen. Holminister zogen. Alizé, wir haben das doch noch eben schon gründlich durchkämmt. Bei Nymir, gönn dir eine Pause, bitte. Ich kann mich nicht ausruhen. Und er ein Sündenvertilger war jemand, der dich kannte. Eine gute Seele und eine enge Freundin. Ich brauche einen Moment, um Abschied zu nehmen. Bitte versteht. Ich treffe euch später. Geht euch ausruhen. Dann ist mein Kopf auch wieder klar versprochen. Also dann wollen wir, du und ich. So, Alfinor ist der Kristall XH schon da. Es sieht zumindest nicht so aus, als wäre in Kristallium das Chaos ausgebrochen. Der Kristall XH hat die Lage offensichtlich unter Kontrolle. Allerdings scheint mir jeder in einer Art glücklich faszinierende Trance zu sein. Dies ist wohl der Inbegriff einer stillen Nacht, was? Ich will noch etwas in der Stadt umherwandern. Dann ziehe ich mich auch zurück. Und du? Übertreibe es bitte nicht mehr. Nachdem du Pragi die Nachricht von Lüner überbracht hast, hörst du? Also dann Tara, ich wünsche dir schon mal eine geruhsame Nacht. Ja, wo ist da eine Prage, der muss in Kristall, ne, Musiker Universale sein. Also erstmal dahin. So Pragi, ich soll dir da was übermitteln. Äh, was ist das los? Brauchst du auch auf die Stelle eine Lampe? Eine Nachricht von Lüner also? Alles klar, ich werde mich um alles kümmern. Aber wenn du eine Nachricht von Lüner hast, bedeutet das, dass du auch in Holminister gekämpft hast. Holminister, so. Wenn du so eine Draufgängerin bist, solltest du unbedingt in Sternhagen vorbeischauen. Da ist unsere Taverne, gleich die Stufen rauf. Gründer, der Gastwirt erzählt dir dann ganz sicher in seiner abenteuerlichen Geschichten. Ja, okay, auch für Bier, könnte man mal gehen. Also gehen wir mal hoch. So, das soll hier also die Bar sein. Dann sprechen wir doch mal mit dem Barkeeper. Kommt sofort. Oh, entschuldige. Bist du auch zum Feiern hier? Heute geht alles aufs Haus. Ach, Pragi hat dich hergeschickt. Oh, der gute Alte. Kommst du entweder im besten Moment oder im schlechtesten. Ah, ja. Oh. Vielen Dank. 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 Willkommen zurück, warte Dame. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weißt du, weißt du, was du retten, was du retten und was du verlieren wirst? Ich frage, ich frage mich, ich frage mich, ich frage mich, wann die Trauer von mir glitt. Ich bin es einfach überdrüssig geworden auf meiner Wanderschaft. Es leid, Freunde zu verlieren, zu sehen, wie ihr Andenken von dem Bösen zertrampelt wird. Es ist kaum zu ertragen. Es ist kaum zu ertragen. Sie ist hier. Ich muss zu ihr gehen. Sie ist hier. Ich muss zu ihr gehen. Eine Magitek-Fabrik in einer gallerischen Provinz, in der Ursprungswelt. Schwärmt aus und findet den Eindringling. Aus dem Weg. Lass, das ist kein Soldat. Sie gehört zu mir. Ich hatte mich schon gewundert, warum man uns entdeckt hat, aber es gibt noch einen Eindringling. Ästinien, der berühmte Drachenreiter. Du hast die Heldin vor dem sicheren Tod auf dem Schlachtfeld bewahrt. Hm. Du bist gut informiert. Du bist gut informiert. Und einen eigenen Trupp hast du auch. Ein abtrünniger Hauptmann vielleicht. Ah, ich weiß. Gaius Belsa. Der Schattenjäger. Ich sehe. Der Bund der Morgenröter hält dich gut auf dem Laufenden. Ich sehe. Der Bund der Morgenröter hält dich gut auf dem Laufenden. Wann ist das, Obwohl ich sie nur ein, zwei Mal gesehen habe. Dahinter steckt doch bestimmt diese vorwitzige Empfangsdame. Dass sie sich an einen Außenstehenden wenden, muss bedeuten, dass die Zwillinge noch immer ohnmächtig sind. Was ist mit der Heldin? Auf Reisen, wie man hört. Deswegen haben sie mich ausgesandt, um die Geheimwaffe der Galear aufzustöbern. Wenn du die Schwarze Rose meinst, kann ich dir versichern, dass wir uns bereits darum gekümmert haben. Aber es gibt noch andere Produktionsstätten tiefer im Kaiserreich. Die Galear sind klug geworden. Und haben die Massenherstellung an mehrere Orte ins Landesinnere verlagert. Sie verstehen es einfach nicht. Welchen Sinn hat ein Sieg, wenn man ihn mit so einer Waffe erringt? Um was genau handelt es sich eigentlich bei der Schwarzen Rose? Die meisten halten es für ein gewöhnliches, wenn auch tödliches Gift. Aber eigentlich steckt auch dahinter die Magitek. Die Schwarze Rose hemmt den Kreislauf des Äthers, der allen Lebewesen inne wohnt. Die kleinste Menge genügt und all der Unrat und die Verderbnis sammeln sich im Körper an. Der Tod tritt in wenigen Momenten ein. Es ist die ideale Waffe für Eroberer. Über einer Stadt freigesetzt, tötet sie zuverlässig jeden Bewohner, ohne andere Schäden zu hinterlassen. Habt ihr ihn immer noch nicht gefunden? Ruft Verstärkung! Sofort! Ich sollte langsam verschwinden. Einen Augenblick noch, Drachenreiter. Beantworte mir noch eine Frage um unserer gemeinsamen Verbündeten willen. Wir beide haben das gleiche Ziel. Wir wollen die Wahrheit ans Licht bringen. Wie wäre es, wenn du dich uns eine Weile anschließt? Ich soll einem Galear folgen. Dein Land wurde von einem Aschien errichtet. Der Kaiser soll es selbst gesagt haben. Ich muss wissen, was dahinter steckt. Ich muss die ganze Wahrheit erfahren. Deswegen gehe ich nach Galearwald. Und zwar direkt bis in den Kaiserlichen Palast. Wow, was für eine Cutscene. Aber es geht noch weiter. Nee, geht es jetzt nicht. Hier geht die nächste Quest weiter. Wir hätten jetzt noch die Jägerprüfung offen, die ich mir in der nächsten Folge angucken werde. Hier die Quartierverwalter. Die lassen wir erstmal hier stehen. Und schauen uns in der nächsten Folge dann die Jägerprüfung an. Beziehungsweise die Jägerprüfung ist gar keine richtige Prüfung. Dann machen wir erstmal die nächste Folge, die Quartierverwalter. Die Jägerprüfung schauen wir uns auch alle Fälle an, weil die müssen wir ja fertig machen, damit wir durchkommen. Aber dann schiebe ich sie jetzt mal nach hinten. Noch ein bisschen höher. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns dann. Und ich glaube, in der nächsten Folge kommt auch wieder was Großes auf uns zu. Denn wir haben wieder zwei, drei Fragezeichen, die auf uns warten.